Will auch mitspielen, hab das Spiel aber nicht. Ja, wir spielen bestimmt irgendwann mal ein anderes Spiel noch. Wir haben ja letztens auch GTA gespielt mit der Community. Ja, da sind schlimme Dinge erzählt worden. Weiß ich gar nicht, was ihr meint. Danke Flash, danke. Moment. Bomber, spielt der auch mal CSGO oder Rainbow Six Siege mit der Community? Bestimmt jetzt, wenn wir wieder mehr streamen, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Generell mehr CSGO und Rainbow Six zu spielen. Das sind auch so Formate, die haben als Videos, sind die nicht mehr so gut angenommen worden von euch, den Zuschauern, als Videos. Aber als Stream kann ich mir das gut vorstellen. Peter Petersen hattest du vorgelesen, ne? Er wollte wissen. Ja. Boah, der droht nach Kotze. Geil. Ne. So, jetzt hab ich meine sieben voll. Tanze unter verschiedenen Straßen. Natürlich, da war nicht gemacht, wie immer. Denn erstmal, erstmal loonen. Ich bin jetzt guter Dinge, Peter. Uh. Da bin ich bei dir nie alles. Hier ist sogar ein Lagerfeuer, weil ich es gefunden habe. Geil. Kannst du mir Damage machen, damit ich, äh, durch dein Lagerfeuerleben wieder zurückbekomme. Theoretisch. Kannst du mir wirklich Damage machen? Ich dachte, es gibt kein Team-Damage. Achso, ne, das geht nicht. Theoretisch. Ich sag mal, sind wir eigentlich alleine hier? Ist du ruhig? Ich glaub schon. Wir sind aber auch sehr weit geflogen. Also, ich könnt mir das gut vorstellen. Ach, der stimmt. Das war ich. Falls du irgendwas gehört haben solltest. Hm, hab ich nicht. Wenn nicht, dann... Ich such grad die... Ich such grad wieder die Dinge. Warum änderst du die? Warum machst du die immer weg? Ja, ich hab sie. Die gehen automatisch weg, wenn ich da drüber lauf. Achso. Ich dachte schon, was machst du dir immer die Mühe, ähm. Nee, das passiert vollkommen automatisch. Kennt ihr Tricky Towers? Ja, Pariser, da... Die Towers haben wir eure letzten Saison gespielt. Mehrere? Drei insgesamt mittlerweile. Drei? Ja, stimmt. Das erste, bevor er das... Ja, du hast recht, ja. Und... Andere Dinge. Das hat echt Spaß gemacht. Komplett aus den Augen verloren. Ja, manchmal passiert das. Wir hatten eine Zeit lang auch Breakfast aus den Augen verloren. Obwohl das halt einfach so ein absolutes Premium-Game ist. Das stimmt. Warum find ich hier eigentlich wieder nur gerade richtig... Richtige Scheiße? Weil du im Klo suchst. Was soll das denn? Dankeschön. Danke. Also ich sag mal so, ich bin ganz gut geludet. Fehlt eigentlich nur noch eine AR. Dann wär ich schon fast zufrieden. BTF, wer bist du und why hast du so viele Zuschauer? Ja. Wer? Ich gab gerade in Chat die Frage. Wie? So Spaß, wie du bist und warum wir zu viel Zuschauer haben. Da weiß ich auch nicht, warum uns Leute zugucken. Scheiße, hab ich jetzt die Kiste zerstört? Nee, oder? Nee, ich hör die noch. Wir kommen von, wir kommen von YouPorn. Ja. Wir wollen das jetzt... Wir haben keinen Bock mehr auf Porn und fangen jetzt mit Twitch an. Hab ich doch schon häufiger gehört. Das machen ja viele. Ja. Wir sind halt leider etwas spät gekommen damit. Scheiße, wo ist denn die Scheißkiste, Alter? Ich find die nicht. Das mach mich kirre. Im Bad die Wand zerstören, Peter. Okay, wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Da gibt's so ein Seitendach. Mann, das weiß man doch. Wir wurden auch noch nicht eingeladen auf ein Epic-Event, Elvis. No brand safe. Ja, aber wir machen ja nicht viel Epic-Kram. Ah ja, dankeschön. Auch viel Spaß. Ich hab kleine Tränke für dich. Äh, ich hab 100-100. Aber ich hab auch noch vier kleine Tränke für dich, wenn du dir nehmen willst. Ja, dann kann ich den nehmen. Du hast aber nicht zufällig noch irgendwo einen großen gesehen oder so. Nee. Leider nicht. Ah, hier ist ein Grill im Barbecue. Jetzt hab ich... Geht's gut drauf. Na, wo war ich wirklich? Guck mal. Wir sind ja sogar safe, Alter. Mann. Das ist unsere Runde. Ich spür das. Gib mir mal die kleinen und hast den Slot mehr. Ja. Immer. Oh, davon ist ein... Ach, der Piederdang. Warte mal. Vielleicht müssen wir jetzt hier ein bisschen abbauen gehen. Oh, stimmt. Geh bitte. Fuck. Für Holz gibt's ja die Kackfestung. Oh. Eisen. Für die fette Sniper. Hier sind ein paar Autos, ne? Wir haben nix zu tun gerade. Alter, die geile Shotgun mit Stein. Junge, jetzt geht er da. Ja, ein bisschen Autos ab. Holz. Alles Diesel-Fahrzeuge. Weg mit euch. Boah, da brauchst du aber schon echt viele, ey. Alter. Alter, für Stein brauchst du auch richtig viele. 350, da musst du ja hier... ...komplette Stadt auseinandernehmen. Ja, das ist halt ein bisschen... ...das ist ein bisschen Arbeit. Ich habe mir die Autos vergessen. Wir machen das gleich bei Breakfast so, dass wir irgendeinem Public-Server joinen. Also, falls ihr euch schon mal einspielen wollt. Wir gehen wahrscheinlich auf einen, wo Platz für uns ist. Da muss aber auch genug Platz sein. Muss natürlich Platz sein. Darf nicht voll sein. Boah, Alter, der Lastwagen bringt richtig viel. Der hat sich geloadet. So. Hast du 350 Eisen jetzt? Ja. Alter. Hier ist halt alles voll mit Autos, ne? Ich habe 300, äh, Steigen gerade. So, geil. Jetzt gibt es richtige Sniper-Rido-Action. Du kannst dann von mir die blaue Sniper haben. Ich habe noch einen kleinen blauen Sniper. Wehe, wir leben jetzt nicht lang genug. Puh, ich habe jetzt genug. Ja. Achso, ich lege die dir dann einfach da hin. So, jetzt kommen die Sniper-Shots, Pina. Jetzt drücken wir. Alter, jetzt bin ich Shotgun-Man, Junge. Why hat der Typ 2,2 Millionen Abonnenten auf YouTube? Ich glaube, die Leute verarschen mittlerweile. Ich glaube auch. Das ist lustig. Trotzdem finde ich es lustig. Wobei ich glaube, dass der erste verarschend war. Oh, hier ist ein Drop. Hm. Oh, das ist gut. Da kannst du die Dingens erhöhen. Das ist ja auch eine Herausforderung. Oh, fuck. Oh, das ist gut. Ich nehme den Schild. Alter, warum bist du? Alter, da bist du irgendwie plötzlich. Fick dich. Alter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das passiert. Alter, du warst halt plötzlich da. Hab ich mich erschrocken. Heilige Mutti. Ich habe nur eine graue Waffe. Eine graue AR. Das ist doch scheiße hier. Ich sehe dich hier um mich herumgeister. So, wollen wir... Okay, fahr mal, ne? Also fliegen wir mal besser. Ja, fahren wir mal eine Runde. Das sehe ich genauso. Ich lad meinst nochmal neu auf. Oh, da vorne ist nochmal... Noch so ein Ding. Oh, ja. Das ist denn da leckeres. Eine Diegel. Nochmal die Shotgun. Und für Eisen. Die MP, okay. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, das zu farmen. Ne. Ey, aber 22 Leute. Und noch damit... Wir haben noch keinen Gegner gesehen. Ey, das ist ja unfassbar. Wo sind die denn alle? Wir haben noch echt weit weg gespawnt, ne? Ja, stimmt. Okay, hier waren schon mal welche. Okay, das geht sofort auch weg bei mir hier. Wir können auf den Berg drauf. Was hältst du davon? Ist er noch drin? Ja, ist er noch. Was? Ist er noch drin? Hatte ich gefragt. Und dann sagte ich, ja, ist er noch. Ja, 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 ja. Nur noch 18 Leute leben insgesamt. Ich spüre, Jay. Oh, ich werde beschlossen von hinten. Oh, die sind super close bei dir. Ja, ich weiß. Leih, hast du gerade einen harten Abgang gemacht? Wo sind die Schweine? Die kriegen sich mit jemand anderem. Ja, du könntest dem in die Seite fallen eigentlich. Ja, habe ich gerade. Er hat einen 275er Shot bekommen. Hä? Die hauen ab. Die hauen ab, komplett. Welche Richtung schießt du? Hast du den kaputt? Nee. Da liegt nämlich so eine Leiche. Nein. Der ist direkt close. Oh mein Gott. Peter, was ist weg? Nice. Alter, down. Okay. Bau dich ein. Nice, nice, nice. Passt. Geil. Alter, wieder mal die Rettung. Made by Pete. Puh. Das war witzig. Ja, was kommt denn der da so plötzlich? Vor allen Dingen zwei. Ich habe die ganze Zeit immer nur einen fliehen sehen. Oh, warte mal. Komm hier hoch. Spring mal. Spring mal. Drei. Warte. Drei. Zwo. Eins. Jetzt. Ich habe Helfdingen hier. Feuer, ne? Achso, ich weiß nicht, was der da bringt. Ja, weißt du, was der da bringt? Dieser große Trank. Hallo Hund. Hallo. Brauchst du noch einen großen Trank? Ja, ne? Ich leg den hier mal hin. Weil ich ein Gönner bin. Weil ich ein Gönner bin. So, wie gut ist die Knarre hier? Die kleine Maschinenpistole. Das ist eine kleine Maschinenpistole. Das ist die P90. Tja, da muss leider das Helfkett liegen bleiben. Hast du Raketen? Die fliegt richtig hart. Sehr gut, Infekt. Hast du Raketen? Ähm, lass mich kurz... Ja, zwei liegen. So. Ihr Dudes, wo seid ihr denn? Ihr restlichen fünf. Oh, Jay, ich habe da Mad-Kids hingelegt, ne? Oh, shit. Könnte sich noch lohnen. Könnte sich noch lohnen. Nee, guck mal, wie die Zone ist. Ja gut, du kriegst halt ein bisschen Damage, aber kannst dich auf 100 hochheilen wieder. Wir müssen noch rüber, Peter. Guck mal, wie weit wir noch müssen. Achso. Äh, ich habe einen Jump-Pet. Du hast einen Jump-Pet. Dann bauen wir hoch. Boah, hast du so viel Mads? Ja, easy, easy. Jetzt kommt der Jump-Pet. Sollen wir direkt hier auf den Berg hoch? Rechts? Ja. Oh. Oh. Alter. Boah! Ihr habt so die Pimpanellen an den Finger. N.O. wird gebaut. So ein bisschen AR-Munition, wie viel Schuss hast du? 720, gib dir welch ab. Du hast gerade meine Deckung zerstört. Das war nicht die richtige Munition. Sorry. Das ist zu viel des Guten. Ja, du kriegst die ganze Pistolen-Munition, welche ich brauche. Danke. Okay. Fatal Fields ist wer. Naja, stimmt. Da oben drauf, ne? Sogar. Hat sich komplett eingebaut da in seinem kleinen Häuschen oben auf der Festung drauf. Und N.O. da bei der Scheune wird auch gerade gebaut. Doppelteam. Okay. Ist aber auch jemand oben auf der Festung drauf. Direkt bei 74. Das ballert doch nicht direkt immer, Alter. Sie haben doch schon auf uns gestoßen, Peter. Ernsthaft? Ja. Die Festung ist mir schon bewusst, dass da auch wer ist. Den sehe ich. Wir sind nicht in der Zone. Ich finde unsere ganze Lage gerade scheiße. Wow. Lass mal hier verschwinden. Ich finde das kacke. Okay, wohin? Hinten runter. Und dann Sneaky weg. Einmal am Kreis entlang laufen. Das sind übrigens die Gegner. Der eine oben drauf und die anderen da hinten. Das sind alle, die wir noch haben als Feinde. Wenn wir die jetzt einmal umlaufen und von hinten kommen können, ist geil. Wir ärgern uns nicht um den Typen, der da auf der Festung erstmal ist. Weil das war ein No-Skinner. Das ist die Frage, ob die einen uns noch hochpushen. Oder wo die sich gerade befinden. Das ist auf der großen roten Scheune ist einer. Sind sie. Peter. Ich weiß nicht ganz. Oh shit, ja, ich habe sie gesehen. Nordosten. Fuck, ja. Die wissen auch, wo wir sind. Die haben sie mit Sicherheit auch gesehen. Yep, haben sie. Sind jetzt auf dem Dach drauf. Ja, scheiß Posi. Ich wechsle wieder Positionen und renne hinten einmal rum. Ich habe einen Sniper-Schuss abgekommen. Und zwar einen richtig guten. Scheiße. Einen Down. Das war nicht der No-Skinner. Ich habe Raketen gekriegt. Ich wüsste mal eine Runde da hoch. Der ist links für die. Der ist links für die. Nice. Wer fehlt denn noch? Der eine Dude, der oben auf der Festung war. Okay. Der hat sich aber mit Sicherheit woanders hingesetzt mittlerweile. Scheiße, ich komme nicht weg. Achso. Die Frage ist, wo? Könnte unter uns sein. Könnte überall sein, theoretisch. Äh, einfach im Stress. Ja, jetzt natürlich überall. Hast du noch Raketen aufgesammelt von ihm? Ich habe aber auch einen goldenen Raketenwerfer, den ich gerne behalten würde. Achso, okay. Aber ich kann noch, äh, ich kann Raketen teilen mit dir, ne? Also so ist nicht. Ne, sonst hätte ich mal einfach hier so ein paar bisschen geschossen. Aber ich wusste nicht, wo die sind. Wo der ist. Aber weißt du, was wir machen? Der könnte halt direkt unter uns sein, ne? Also so kann man ja auch sein. Ja, ich mache da mal erstmal die Deckung, die Bäume kaputt, damit er sich da nicht verstecken kann. Weil langsam wird es eng. Hier. Ja. War das deine Falle? Nein, das ist der, äh, hier ist ein Drop runtergekommen. Ne. Ich will nicht gerade, ob ich den haben will. Eigentlich ist das Quatsch. Ne, das ist Quatsch. Ist er, wo sind die denn? Mit Sicherheit unter uns. Wartet einfach ab. Wollen wir unter uns gucken? Gleichzeitig runter? Oder wollen wir oben bleiben? Das würde hier gefährlich sein, aber können wir auch gerne machen. Ne, lass hier oben bleiben. Lass ein bisschen ein Rating-Game machen. Wir sind zwei. Alter. Hier ist mal ein scheiß Herzinfarkt, ey. Ich habe halt noch, ich habe leider keine Granaten mehr, keine Raketen mehr. Ja, wo würdest du hinschießen? Ich habe halt Raketen. Einfach nach unten rein. Offen machen und nach unten schießen. Auf den Boden. Okay. Unter uns. Da ist er nämlich. Er ist unter uns jetzt. Wo ist er hin? Ach. Alles klar. Bäm. Da freut sich der Wauwau. Ich sag mal so. Hast du gecarried, Peter? Wie viele Kills hast du? Fünf weniger als du. Du hast null? Was? Wo ist das? Ja.